Yo Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Minecraft Video. Heute geht es um die Bienen, die in der Version 1.15 eingeführt werden. Und ich werde euch heute zeigen, wie man Bienen finden kann und auch wie man sie vermehren kann und wie man sie einfangen kann. Und ich sollte dazu vielleicht sagen, dass das Ganze hier noch im Snapshot 19w34a ist. Und das bedeutet, dass wenn die Vollversion 1.15 rauskommt, sich theoretisch was ändern könnte. Allerdings ist das dann meistens nur was Kleines maximal und ganz oft ändert sich auch einfach gar nichts. Aber wenn sich was ändert, schreibe ich es auf jeden Fall als Kommentar und auch nochmal in die Beschreibung. Da könnt ihr dann vorbeischauen und vielleicht, wenn sich was richtig Großes ändert, mache ich auch ein neues Video dazu. Allerdings gehe ich davon nicht aus, weil das meistens eben nicht der Fall ist. Und dementsprechend kann ich euch jetzt schon mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. So, die erste Frage ist jetzt natürlich, wie findet man Bienen? Laut Minecraft.net spawnen Bienen Waben quasi nur im Flachland, beziehungsweise auch in dem Flachland, wo auch Sonnenblumen sind und im Flower Forest-Bium tatsächlich auch, also in den Blumenwäldern. Und was ich jetzt festgestellt habe in meiner Zeit hier, ist, dass sie meistens an der Grenze vom Flachland quasi zu irgendwelchen Wäldern spawnen. Und ihr seht schon, hier ist zum Beispiel überall Flachland und wenn man jetzt hier im Flachland an sich guckt, dann findet man rein theoretisch nicht eine Biene. Auch hier vorne unter den Bäumen, wo sie ja normalerweise spawnen, unter den Bäumen, sind eben keine. Aber wenn man jetzt hier zum Beispiel an die Grenze zu diesem Wald fliegt, dann sieht man hier direkt eine Bienenwabe und auch hier vorne sind ganz viele am Wald quasi. Also hier vorne, zack, sind drei Stück direkt und das würde ich euch eben raten. Also ihr sucht euch einfach jetzt, wenn ihr Bienen haben wollt, am besten einen Plains-Biom und fliegt dann, oder im Survival geht ihr dann halt quasi einmal am Rand vorbei, wo auch Bäume sind. Und dann solltet ihr auf jeden Fall Bienen finden, weil die sind auf gar keinen Fall selten. Ich kann ja zum Beispiel nochmal nach hier fliegen und hier ist auch direkt eine Biene. Und wie gesagt, ich habe hier schon so viele Bienenwaben eben am Rand gefunden von den, vom Biom. Hier zum Beispiel ist auch noch eine Bienenwabe und das würde ich euch eben raten. Wie gesagt, einfach ein Plains-Biom finden, ein bisschen umranden und dann werdet ihr schon ein paar Bienen finden. Wenn ihr dann Bienen gefunden habt und sie vermehren möchtet, geht das auch relativ einfach. Und zwar braucht ihr dafür jeweils eine Blume pro Biene. Ihr könnt dafür jede Blume benutzen, also kleine, große und auch die Wither-Rosen könnt ihr benutzen. Dann geht ihr einfach zur Biene hin und macht Rechtsklick und dann noch zu einer zweiten. Und dann fliegen die zueinander und kriegen eben ein Bienenbaby. Und das funktioniert eben genauso wie bei anderen Tieren auch, dass ihr einfach, wie gesagt, mit dem Futtermittel quasi in der Hand zu den Bienen lauft und dann sie eben füttert. Und wie gesagt, es funktioniert jede Blume, es funktionieren sogar die Wither-Rosen und es funktionieren auch die großen Blumensträuche quasi. Und danach ist es eben genauso wie bei allen anderen Tieren auch, dass die Babys sich eben noch nicht vermehren können, sondern erstmal wachsen müssen. Und auch, dass die großen dann erstmal eine Pause brauchen. Aber wie gesagt, das ist bei allen Tieren in Minecraft so und bei den Bienen ist das auch nicht anders. So, jetzt natürlich die Frage, wie man die Bienen dann jetzt einfangen kann. Und zwar kann man Bienen zwar nicht locken, wie zum Beispiel andere Tiere mit Weizen oder mit Karotten oder sowas. Aber ihr könnt sie so ähnlich wie andere Tiere auch einfach an die Leine nehmen. Und zwar einmal Rechtsklick mit der Leine und dann könnt ihr sie mitziehen. Und jetzt, keine Ahnung, wohin bringt, wo ihr sie hinhaben möchtet. In eure Base oder sowas oder in ein Gehege oder in eure Farm oder was auch immer. Und wenn ihr sie da habt, wo ihr sie haben wollt, müsst ihr einfach nur nochmal Rechtsklick machen. Und dann ist sie wieder frei und kann rumfliegen. Und so kriegt ihr sie dann eben in euer Lager. Ihr solltet allerdings darauf aufpassen, dass ihr sie nicht aus Versehen haut. Weil Bienen sind theoretisch neutrale Lebewesen, also sie greifen euch nicht an. Allerdings, wenn ihr sie haut, dann greifen sie euch doch an. Das ist so ähnlich wie Wölfe, die würden euch auch nicht von sich aus quasi angreifen, sondern nur, wenn man sie auch angreift. Und das ist bei Bienen eben auch der Fall. Und bei den Bienen ist es halt auch der Fall, dass sie, wenn sie euch einmal gestochen haben quasi, dann wird man vergiftet. Und so schlimm ist es nicht für den Spieler. Allerdings stirbt dann die Biene nach, ich glaube, 35 Sekunden. Und das ist so ein bisschen wie im echten Leben, wo sich ja auch dann dieser Stachel quasi hinten in die Haut quasi reindrückt und nicht mehr raus kann. Und dann reißt die Biene sich da irgendwie den Hinterteil, das Hinterteil auf quasi und stirbt dann daran. Und so ähnlich ist es auch in Minecraft, nur dass man es halt nicht sieht, sondern wie gesagt, die sterben dann einfach nur. Und das wäre ein bisschen blöd, wenn ihr ganz weit mit der Biene reist in eure Basis oder sowas oder in eure Farm und dann haut ihr sie aus Versehen und dann sterben sie. Also das solltet ihr vermeiden. Wenn ihr eure Bienen dann eingefangen und gezüchtet habt, dann könnt ihr sie dazu benutzen, um quasi Honig zu produzieren. Dafür muss nur eine Blume in der Nähe sein, beziehungsweise mehrere Blumen am besten. Und mit dem Honig kann man allerdings noch nicht so viel machen. Allerdings, wie gesagt, das ist noch eine Snapchat-Version, also es könnte noch einiges dazu kommen. Aktuell ist es so, dass man, glaube ich, aus dem Honig nur Zucker machen kann oder eben halt Honig. Aber mehr kann das, glaube ich, soweit ich weiß noch nicht. Wenn ich mich da irre, dann könnt ihr mich gerne in den Kommentaren berichtigen. Aber wie gesagt, es ist ja oft in Minecraft so, dass die Dinge erst eingeführt werden und dann mit der Zeit quasi eine sinnvolle Aufgabe bekommen und wertvoller werden. Und so wird es wahrscheinlich auch beim Honig sein. Und wie gesagt, Zucker kann man rein theoretisch aus Zuckerrohr schneller und effektiver herstellen. Deswegen glaube ich, dass Honig auch irgendwann eine coole eigene Aufgabe haben wird. Und ansonsten war es das eigentlich schon von dem Video, relativ simpel und einfach. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schreibt mal ein Hashtag Biene in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Und ihr könnt auch gerne mal schreiben, wie ihr das findet, dass jetzt Biene eingeführt werden. Ich persönlich finde es ziemlich cool, einfach weil auch mal was in der Luft quasi ist. Sonst hat man ja eigentlich nicht wirklich irgendwas, was rumfliegen kann in Minecraft. Außer halt diese komischen, diese Phantomviecher, wenn man lange nicht geschlafen hat. Und ich finde es ganz cool und auch, dass Insekten jetzt mal eingeführt werden. Ich glaube, Insekten gibt es auch noch nicht. Es gibt ja Spinnen, aber das sind ja keine Insekten quasi. Und Silberfische weiß ich gar nicht, ob das Insekten sind. Naja. Aber ich finde es ziemlich cool. Ich finde die Runden auf jeden Fall alles nochmal ein bisschen ab und sehen einfach toll aus, wenn sie durch die Luft fliegen. Naja, ich würde sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.